Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Vepa, hallo Abonnenten in nah und fern. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um meinen bewegten Bildern und meinen Worten zu folgen. Es dreht sich heute um Post, die ich bekommen habe, beziehungsweise auch gestern. Ich habe gestern zwei Rollen Draht bekommen. Dieses Zirkonium, einmal 0,35 mit AWG 27 und 0,30 mit AWG 29. Und wie ihr hier zu sehen bekommt, das ist ein bisschen hier pitsche patsche nass, das sieht man so, ne? Okay, ich habe das schon mit Experimente gemacht, mit den beiden Drähten, um Vergleiche zu machen mit anderen Drähten. Und heute habe ich Post bekommen. Ich bedanke mich recht herzlich mit einem kleinen Geschenk für meine Enkeltochter. Die wird sich mit Sicherheit freuen. Recht herzlichen Dank. Und einmal den 0,5er, den, wie heißt das nochmal? Zirkonium, den 0,5er. Und der kommt mir heute gelegen. Den hätte ich auch bestellen sollen. Hatte ich leider vergessen. Auf jeden Fall habe ich gestern Experimente schon mitgemacht und die werde ich heute nochmal neu machen und werde es euch zeigen, was ich damit so angestellt habe und was ich von dem Draht so halte. Jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee, werde dann gleich noch was essen. Dann muss ich zu meinem Reifenhändler für mein Moped zwei Reifen bestellen. Die geht gar nicht. Die ist noch aus. Also nehmen wir wieder meine Asmodus Brutza. Also mein Tag ist heute noch ausgeführt. Und dann mal schauen, wenn ich das nächste Video machen kann mit dem Draht. Grund war natürlich eben heute das Video zu machen, um mich da zu bedanken. Auch im Namen meiner kleinen Enkeltochter. Das war es dann schon. Kurz und bündig in eigener Sache. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye. Winke, winke. Sagt eure Smokewolke, die Diana. Und Tschüssi.